Musik Mit der medizinischen Unterwegsversorgung Dockstop haben Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer die Möglichkeit, besser und gesünder durchs Leben zu kommen. Jeder weiß, die Arbeit der Fahrer ist anstrengend und die Belastungen im Alltag sind oft enorm. Die Straße ist sozusagen das zweite Zuhause. Ein Arztbesuch, wie für jeden anderen Arbeitnehmer selbstverständlich, rückt da oft in weite Ferne. Für einen Lkw-Fahrer ist es sehr schwierig, spontan einen Arzt aufzusuchen, wenn er gesundheitliche Probleme bekommt. Denn er befindet sich auf der Autobahn auf dem Weg zum Kunden, er hat Terminfracht, da wird der Chef nicht Rücksicht nehmen oder der Kunde nicht Rücksicht nehmen und sagen, ja fahr du erstmal zum Arzt, such dir einen Arzt, kommt zwei Stunden später. Das funktioniert nicht. Es gibt Termine, die müssen eingehalten werden. Also hat der Fahrer keine Chance, mal eben zum Arzt zu fahren und sich behandeln zu lassen. Also Dockstop ist ja die medizinische Unterwegsversorgung für Kraftfahrer. Das heißt also, nur ein gesunder Kraftfahrer ist ein sicherer Kraftfahrer. Wir wollen mit Dockstop für Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Das heißt also, es geht nicht um einen Notfall, um einen akuten Notfall, sondern um die normale medizinische Behandlung, sprich starke Schmerzen, Rückenschmerzen, Zahnschmerzen. Genau hier setzt das Konzept von Dockstop an. Denn mittels App oder über die europaweite Hotline 008000 362 7867 gibt es in solchen Fällen schnelle Hilfe rund um die Uhr. Anrufe oder Kontaktaufnahmen aus ganz Europa laufen bei der Notdienst GmbH Service24 in Österreich auf. Dort hat sich ein Team darauf spezialisiert, Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrern einen schnellen und unkomplizierten Arztbesuch zu ermöglichen. Es ist natürlich so, dass man als Notrufzentrale nicht nur um die medizinische Leistung für den Fahrer sich einsetzen muss, sondern auch ganz speziell Parkplatz für eine Zugmaschine und Auflieger. Gleichzeitig auch den Transport von diesem jeweiligen Parkplatz zu der medizinischen Betreuung. Man braucht da definitiv Netzwerke, wo man die Möglichkeit hat, ein Fahrzeug parken zu können, Transport zum Arzt und wieder retour. Das europaweite Netzwerk ist ein Pluspunkt. Aber auch die Vielsprachigkeit des Teams lässt Fahrerinnen und Fahrer sofort spüren, dass sie hier an der richtigen Adresse sind. Denn das Transportgeschäft ist ein internationales Geschäft. Es ist natürlich so, dass der Fahrer, der momentan in Europa unterwegs ist, nicht unbedingt deutsch ist, auch wenn er für ein deutsches Unternehmen arbeitet, sondern wir benötigen zuerst einmal alle zentral- und osteuropäischen Sprachen. Da haben wir eigene Service-Centern, die was Muttersprache anbieten, rund um die Uhr, damit der Fahrer auch sein oder ihr Problem dementsprechend mitteilen kann, ohne dass es da Sprachmissverständnisse gibt. Dr. Jörg Christian Elpols kennt als Facharzt für Innere Medizin und Ernährungsspezialist die gesundheitlichen Probleme der Lkw-Fahrer. Wie viele andere Hausärzte auch, behandelt er regelmäßig Berufskraftfahrer, die über Dogstop in seine Praxis kommen und weiß deshalb auch um die typischen Risiken dieses Berufes. Die Hauptrisikofaktoren Stress, Bewegungsmangel, die Haupterkrankungen, die wir hier sehen, sind Übergewicht, Adipositas, infolgedessen dann auch nach einigen Jahren häufig Diabetes mellitus, Bluthochdruck, deutlich erhöhte Cholestrinwerte und damit einhergehend ein deutlich erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, sprich Herzinfarkt, Schlaganfall. Und von daher ist es wichtig, die Patienten auch zu betreuen, aufmerksam machen auf die Risikofaktoren, die Risikofaktoren erkennen und entsprechend früh behandeln, dass es erst gar nicht zu sekundären Komplikationen, Folgeerkrankungen kommt. Kaum zu glauben, aber innerhalb des Netzwerkes hat es Dogstop inzwischen geschafft, dass Berufskraftfahrer sogar eine bevorzugte Behandlung genießen. Sie haben Zeitdruck. Und das weiß man in den Arztpraxen. Wenn der Lkw-Fahrer anruft hier bei einer Dogstop-Praxis, ist es so, dass wir ihm unverzüglich einen Termin geben. Er hat keine Wartezeit, keine langen Wartezeiten. Er wird unverzüglich behandelt und kann dann in der Regel auch seine Fahrt sicher fortführen. Namhafte Sponsoren und Unterstützer aus der Nutzfahrzeugebranche haben die medizinische Unterwegsversorgung Dogstop in den letzten Jahren zu einer immer wichtigeren Initiative werden lassen. Eine gemeinnützige Initiative, die weiß, wie wichtig die Arbeit der Berufskraftfahrer für die Gesellschaft ist und welchen Belastungen die Beschäftigten dort ausgesetzt sind. Beeindruckend ist auch die Zahl der jährlichen Hilferufe. Wir haben so zwischen 4.000 und 5.000 Patienten, die über Dogstop behandelt werden. Das nimmt nicht unbedingt zu, aber wir sehen schon, dass es auch nicht abnimmt. Beim Anruf eines Fahrers oder einer Fahrerin bei uns in der Notrufzentrale gibt es ganz klar definierte Abläufe. Es wird gefragt nach dem Standort, natürlich nach dem Gebrechen, was ist los und dann wird aber auch geschaut, braucht man eventuell einen Facharzt? Also es wird nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht, sondern es wird individuell geschaut, was hat die Fahrerin, was hat der Fahrer, wie können wir am besten helfen. Es gibt sogar den Fall, dass ein Shuttle organisiert wird von uns und im Ausland sogar von uns bezahlt wird. Lkw-Fahrer sind wichtig und wir brauchen sie und diese Wertschätzung muss den Fahrern viel mehr entgegengebracht werden, damit sie auch wieder Freude an ihrem Beruf haben und letztlich auch gerne zur Arbeit gehen und das gerne tun mögen und am Abend dann auch gesund oder am Wochenende gesund nach Hause kommen. Gesundheit ist ein wichtiges Gut, wenn nicht gar das Wichtigste im Leben eines Menschen. Dogstop sorgt dafür, dass auch Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer unterwegs zum Arzt gehen können. Ein Gewinn für die Berufskraftfahrer selbst, aber auch für jeden von uns. Dochen Vielen Dank.